Heute gibt es mal ein bisschen etwas Fortgeschritteneres hier, nämlich wollen wir uns anschauen, was eine Zufallsvariable ist, wie die mit dem Ereignisraum zusammenhängt und wie die mit der Dichte zusammenhängt, also wie das alles zusammenpasst. Der Hintergrund ist, dass ich in meinem Studium das auch mal hatte und ich habe überhaupt nicht verstanden, wie das alles zusammenpasst und was jetzt auf einmal Omega sein soll und warum das jetzt Zahlen sind und warum diese Zahlen Wahrscheinlichkeiten bekommen und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, um euch vor dem gleichen Leid zu bewahren oder falls ihr schon drin steckt, um euch wieder rauszuhelfen, mache ich mal dieses Video, damit ihr ein bisschen mehr versteht, wie der Zusammenhang zwischen diesen Variablen ist. Wenn ihr ein üblicher Zuschauer von diesem Kanal seid, seid ihr wahrscheinlich nicht auf der Uni, also wundert euch nicht, ihr müsst es nicht verstehen. Es ist sehr interessant mal zuzuhören, wie das funktioniert mathematisch gesehen, aber macht euch keine Vorwürfe, wenn ihr es nicht direkt auf Anhieb sofort alles versteht. Ich mache das eher für die Leute, die in der gleichen Situation waren wie ich an der Uni und es einfach nie verstanden haben. Aber jetzt mal genug von dem Reden. Wir haben jetzt hier drei Sachen schon mal aufgezeichnet, nämlich einmal den Ereignisraum Groß-Omega, dann haben wir hier noch einen Bildraum, in dem Fall die reellen Zahlen, das sind recht häufig die reellen Zahlen, das können auch die reellen Zahlen Quadrat sein oder ganz andere abstraktere Mengen, aber wir nehmen mal für diesen einfachen Fall die reellen Zahlen an. Und dann wollen wir hier am Ende noch auf die Dichte hinaus und damit einher geht natürlich auch die Verteilungsfunktion. Das ist dann auch ganz easy der Schritt. Gut, fangen wir mal ganz links an. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mit einem Beispiel und zwar nehmen wir als Beispiel mal den zweifachen Münzwurf. Was ist der Ereignisraum vom zweifachen Münzwurf? Naja, in diesem Ereignisraum, das ist im Grunde irgendein abstrakter Raum. Das müssen keine Zahlen sein, das können in unserem Falle halt auch Kombinationen von Kopf oder Zahl sein. Das können aber zum Beispiel auch irgendwelche Textdateien sein oder Bilder oder sonst was. Das sind irgendwelche abstrakten Sachen, die hier drin abgehen. Und in unserem Fall, wir nehmen es mal an, wir haben Münzwurf, also einen diskreten Raum. Hätten wir hier jetzt zum Beispiel Klein Omega 1 und das wäre Kopf, Kopf. Und dann haben wir hier noch Omega 2. Omega 2, das wäre Kopf, Zahl. Dann haben wir noch die Möglichkeit Omega 3 gleich, keine Mengenklammer, sondern normale Klammer, Zahl, Kopf, keine Mengenklammer, weil sonst wäre das hier die gleiche Sache und das wollen wir nicht. Und dann haben wir zuletzt noch Omega 4, der kommt vielleicht noch hier hin. Omega 4 gleich Zahl, Zahl. Und damit haben wir auch schon unseren Ereignisraum komplett angegeben. Und was passiert jetzt mit diesen Ereignissen? Diese Ereignisse transformieren wir jetzt irgendwie. Wir haben jetzt eine Zufallsvariable und die nennen wir jetzt mal x. Und diese Zufallsvariable ist wirklich nichts anderes als eine Funktion. Es ist eine Funktion, die von Omega nach r abbildet. Also grafisch gesehen nimmt die also irgendeine Zahl hier raus, irgendein Ereignis hier raus, muss nicht unbedingt eine Zahl sein. Also es ist irgendein x von Omega und das gibt uns dann irgendwas an. Es ist irgendeine Funktion. Zum Beispiel könnte die Funktion sein, zähle, wie oft da drin Kopf steht. Oder zähle das Minimum von Kopf oder von Zahl. Oder irgendeine Funktion, die hier. Irgendwas passiert hier drin, da wird irgendwie dieses Omega weiterverarbeitet sozusagen. In unserem Fall wird es in eine reelle Zahl weiterverarbeitet. Und dann gehen wir also in diesen Bildraum hinein. Nehmen wir mal an, dass bei uns x bedeutet, zähle die Anzahl an Köpfen. Damit ist ein bisschen, zähle die Anzahl an Zahlen ist ein bisschen ein blödes Wort. Also zähle, zähle die Anzahl, die Anzahl an Köpfen. Das wäre unsere Zufallsvariable. Und warum heißt das Ding jetzt Zufallsvariable? Naja, weil das Ding, was hier hinten steht, diese Anzahl an Köpfen, die hängt vom Zufall ab. Die hängt nämlich von einem zufälligen Ereignis ab, von diesem Omega. Und das Omega, das ist zufällig. Also um das nochmal klar zu machen, der Zufall, der spielt sich in diesem Raum hier ab. Aus diesem Raum machen wir eine zufällige Ziehung, wenn wir ein Experiment durchsphären. Nicht aus dem Raum, wo wir gleich zukommen, sondern wir machen diese Zufallsziehung in diesem Raum. Und was kann jetzt bei unserem X von Omega rauskommen? Wir haben jetzt gesagt, gut, reale Zahlen. Damit können wir erstmal ganz schön viel wegklatschen. Also da hätten wir alle möglichen Sachen drin. Machen wir es mal etwas spezifischer. Effektiv können wir entweder die 1, die 0 oder die 2 herauskommen bei einem zweifachen Münzwur. Entweder wir haben eine, einen Kopf, gar keinen Kopf oder zwei Köpfe. Und jetzt wissen wir, was X von Omega ist, nämlich eine Abbildung. Aber wie kommen wir jetzt davon, darauf sagen zu können, zum Beispiel, ich nehme mal eine andere Farbe dafür, wie kommen wir darauf sagen zu können, P von X ist gleich 1. Was ist die Wahrscheinlichkeit davon, dass X gleich 1 ist? Naja, dafür muss man sich angucken, was bedeutet das eigentlich? Die Sachen hier, die sind ja eigentlich gar nicht zufällig. Das heißt, wir können hier schon mal nichts Zufälliges sehen und damit können wir auch keine Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Der Zufall spielt sich nur in diesem Raum hier ab. Und deswegen müssen wir uns anschauen, P von X gleich 1 ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit davon, die Wahrscheinlichkeit von den Omegas aus Omega. Für die gilt, dass X von Omega, jetzt komme ich langsam mit den Farben hier ein bisschen ins Schwitzen, wenn X von Omega gleich 1 ist. Und dann noch Mengen, Klammer zu und dann noch normale Klammer zu. Also, P von X gleich 1 ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit von denjenigen Omegas, für die X von Omega gleich 1 ist. Und was ist jetzt die Wahrscheinlichkeit von den Omegas? Naja, die können wir angeben, ganz schön. Wir haben hier in dem Fall einen Münzwurf, das heißt, wir haben ein Laplace-Experiment, oder anders gesagt, alle diese einzelnen Omegas, diese kleinen Omegas, haben die gleiche Wahrscheinlichkeit. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Balken, der hier drüber liegt, der in jedem Fall gleich hoch ist, in unserem Fall in jedem Fall 0,25 ist. Also, wir ziehen mit der Wahrscheinlichkeit 0,25 jedes dieser Teile. Und jetzt können wir mal schauen, gut, wie hoch müsste unsere Wahrscheinlichkeit für X gleich 1 denn dann sein? Naja, das ist die Wahrscheinlichkeit von entweder, welche dieser beiden Zahlen, welche kleinen Omegas bilden denn auf 1 ab, bei welchen der kleinen Omegas gilt, dass unsere Abbildung, nämlich die Anzahl an Köpfen, gleich 1 ist. Naja, das gilt ganz einfach für, gucken wir mal nach, das hat zwei Köpfe, das hat zwei Zahlen, für Omega 2 gilt das und das gilt für Omega 3. Und damit können wir jetzt aufschreiben, das ist P von X gleich 1 ist P von Omega 2 oder Omega 3 von dieser Menge. Und in unserem Fall haben wir den glücklichen Zufall, dass wir das jetzt einfach aufaddieren können. Und wir können sagen, gut, das ist 0,25, muss ich dann wieder in gelb zeichnen, weil diese Sterbi auch in gelb sind, das sind 0,25 plus 0,25. Und damit kommen wir raus bei 0,5. Also können wir jetzt sagen, für die einzelnen Sachen, die hier im Bildraum drinnen stehen, obwohl in diesem Raum gar keine Wahrscheinlichkeit abgeht, können wir die Wahrscheinlichkeit sagen, indem wir gucken, wir nehmen uns hier so eine Zahl heraus, wir nehmen uns hier so eine Zahl heraus und dann schauen wir in dem Ereignisraum, welche Ereignisse bilden auf diese Zahl ab. Und damit haben wir unsere Wahrscheinlichkeit. Jetzt schauen wir uns mal an, was es mit der Dichte auf sich hat. Die Dichte ist dann eigentlich ganz easy zu verstehen. Die Dichte ist nämlich einfach nur, dass wir dieses P von X gleich irgendetwas ausrechnen für alle möglichen Zahlen, die wir hier haben. Also würden wir jetzt sagen, P von X gleich 0, P von X gleich 1 und P von X gleich 2. Und ihr werdet mir glauben, oder ihr habt das bestimmt auch schon gesehen mal als Beispiel, wenn wir uns das mal hier ein bisschen mit Achsenbezeichnungen aufschreiben, 0,5 und 0,25, dass die Wahrscheinlichkeit von X gleich 0, 0,25 ist. Warum? P von X gleich 0 ist gleich P von allen kleinen Omegas, die auf 0 abbilden. Also alle kleinen Omegas, deren Anzahl an Köpfen 0 ist, sprich nur, das ist das hier, Omega 4, da ist kein einziger Kopf drin. Und die Wahrscheinlichkeit von Omega 4 ist 0,25. P von X gleich 1, das haben wir hier unten schon ausgerechnet, ist gleich die Wahrscheinlichkeit derjenigen Omegas, die auf 1 abbilden mittels X. Das heißt, wir sind hier bei 0,5. Haben wir hier unten ausgerechnet. Und P von X gleich 2 ist die Wahrscheinlichkeit derjenigen kleinen Omegas, die mittels X auf 2 abbilden. Also deren Anzahl an Köpfen 2 ist. Und das ist genau 1, nämlich Omega 1. Omega 1 ist Kopf-Kopf. Das heißt, hier sind wir wieder bei 0,25. Gut, damit hätten wir jetzt diese ganzen Konzepte hier verknüpft. Und ich hoffe, es hat euch hier schon mal ein bisschen was geholfen. Wir können uns jetzt noch eine Sache ganz kurz angucken, nämlich, was ist denn die Verteilungsfunktion? Das ist auch ganz easy zu sehen eigentlich. Die Verteilungsfunktion ist nichts anderes als so eine Art kumulierte Summe. Also eine Summe, die wir immer bis zu einem gestimmten Punkt zählen. F von X, Groß F von X. Die müssen wir bis 1 hoch machen. Hier wäre dann 0,5. Hier wäre 0,25. Und was macht F von Groß F von Klein X? F von X ist einfach gleich die Wahrscheinlichkeit, dass X nicht gleich einer Zahl ist. Also nicht, dass X gleich einer Zahl ist, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass X kleiner gleich irgendeiner Zahl ist. Und das können wir ganz einfach ausrechnen. Wir haben hier unten wieder die reellen Zahlen stehen, unseren Bildraum. Die reellen Zahlen, die hatten wir hier oben übrigens auch stehen. Ganz vergessen aufzuschreiben. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir hier bei minus 1 sind, machen wir mal von minus 1 über 0 bis 1 und dann 2 und dann vielleicht noch hier hinten 3 oder so. Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass X kleiner gleich minus 1 ist, die ist 0. Wir können, es gibt kein Omega, das auf eine Zahl kleiner gleich minus 1 abbildet. Also sind wir hier unten schon mal bei 0. Dann geht das Ganze so weiter, bis wir zu 0 kommen. Und bei der 0 müssen wir dann die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, P von X kleiner gleich 0. Und dann gibt es wieder ein Omega, was diese Bedingung hier erfüllt, nämlich das Omega Zahl Zahl. Das Omega Zahl Zahl bildet auf die Zahl 0 ab. Und damit haben wir eine Zahl, sprich, wir sind hier plötzlich nicht mehr bei 0. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht mehr 0, sondern die Wahrscheinlichkeit ist jetzt 0,25 hier. Okay? Wir haben einfach quasi an der gleichen Stelle wie hier jetzt diesen Sprung drin, der übrigens um die gleiche Höhe ist wie hier oben, nämlich 0,25. Wir haben plötzlich die Wahrscheinlichkeit 0,25 hier, dass X kleiner gleich diesen Zahlen hier ist. Kleiner gleich 0 ist und auch kleiner gleich 0,5 ist, kleiner gleich 0,7 ist, 0,8 und so weiter. Da kommt kein neues Omega dazu. Wir bleiben konstant, bis wir zu 1 kommen. Und bei der 1 haben wir dann, können wir wieder ausrechnen, P von X kleiner gleich 1 ist die Wahrscheinlichkeit von X entweder 0 oder 1. Und dann können wir hier oben entweder gucken oder wir können in unseren Omega Raum gucken. Wir können im Omega Raum gucken, welche Omegas erfüllen, dass die Anzahl an Köpfen entweder 0 oder 1 ist. Naja, das sind Omega 4, Omega 2 und Omega 3. Und die haben zusammen die Wahrscheinlichkeit 0,75. Das heißt, wir können hier hochspringen. Oder alternativ hätten wir auch hier gucken können, die Wahrscheinlichkeit, dass X gleich 0 oder X gleich 1 ist. Das sind einfach 0,25 plus 0,5. Das sind 0,75. Da sparen wir uns ein bisschen Rechnen mit. Und auch das bleibt wieder konstant, bis wir zu 2 kommen. Und bei der 2 haben wir dann die Wahrscheinlichkeit, dass X kleiner gleich 2 ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass X 0, 1 oder 2 ist. Und das ist ganz offensichtlich 1. Das ist immer der Fall. Das können wir entweder wieder hier gucken, indem wir sagen, welche dieser Omegas bildet auf ein X ab, was kleiner gleich 2 ist. Und das gilt nun mal für alle Omegas. Oder wir schauen hier und sagen, wir summieren alle Balken auf, die kleiner gleich 2 sind. Und dann kommen wir auch auf 1. Und bei 1 bleiben wir auch. Auch bei der 3 bleiben wir bei 1. Über 1 können wir nicht mehr hinweggehen. Und damit hätten wir hier die Verteilungsfunktion auch noch direkt. Das heißt, um es jetzt mal zusammenzufassen, wir haben hier einmal die Ereignismenge. Dann haben wir eine Zufallsvariable, die nur eine reine normale mathematische Funktion ist, die sich ein Element hier draus nimmt und dem irgendeine Zahl zuordnet oder irgendein anderes Konstrukt zuordnet. Meistens sind es Zahlen. Kann ich euch beruhigen. Dann haben wir noch unseren Bildraum. Und in diesem Bildraum stecken sozusagen die Teilinformationen von Omega, die wir mittels X da heraus extrahieren. Und dann können wir uns noch angucken, okay, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten dieser einzelnen für uns interessanten Teilinformationen. Und wir können das Ganze auch darstellen, indem wir es kumulieren. Wenn uns interessiert, P von X kleiner gleich X anstatt P von X gleich X. Kann ich vielleicht nochmal oben hier hinschreiben. Klein f von X ist einfach P von X gleich X. Im diskreten Fall. Möchte ich dazu sagen, im diskreten Fall. Und dann kriegen wir hier unten die Verteilungsfunktion aus, wenn wir das mit dem kleinen gleich angucken. Im stetigen Fall oder im verallgemeinerten Fall haben wir natürlich ein paar mehr Komplikationen. Da haben wir hier keine einzelnen Punkte mehr, sondern wir müssen hier irgendwie über Bereiche sprechen und alles. Und hier hinten hätten wir auch keine einzelnen Sterben mehr, sondern wir hätten so stetige Funktionen, die hier entlang verlaufen. Aber ich glaube, wenn ihr das verstanden habt, dieses wie X funktioniert, wie X, die Zufallsvariable X, wie das funktioniert, dann könnt ihr, glaube ich, auch verstehen, wie das mit dem stetigen funktioniert. Und dann kann ich euch damit wieder alleine lassen. Ich freue mich, dieses Video gemacht zu haben. Wollte ich schon machen, seitdem ich bei der Khan Academy dabei bin. Und sage euch damit Tschau und bis zum nächsten Video.